Das kannst du noch einmal. Aber keine Angst, die kommen da raus. Kein Ding. Nur weil ich die Kurven nicht weit genug nehme. Und weil ich mir glaube ich gerade beinahe meine Finger verbrenne. Nee, die schaut aus. Glück gehabt. Aus diesem Grund stehen auch eigentlich sämtliche Großfahrzeuge nicht mehr um oben. Die LKWs und so. Das ist ja immer eine Rumgegurke mit den Teilen. Das muss nicht sein. So. 2.100 Liter hat er angegeben. Mal gucken, ob er das stimmt. Na? Sagt er mir nicht, dass ich wieder aufladen kann? Die Füllung startet doch 2.100. Das macht er tatsächlich. Jetzt fahren wir wieder zurück. Ich bin wieder da da. Willkommen zurück Nils. 2.100. 2.100. 2.100. 3.100. 4.100. 5.100. 1.200. 1.100. 3.100. 1.100. 2.100. 1.100. 2.100. 3.100. normalerweise würde ich für die 2000 liter mist nicht durch die gegend waren alles nur damit die bga einmal läuft dann haben sie wenigstens einmal gehabt habe ich höre wie bist du eingeschlafen danach werden wir uns den mulcher schnappen und dann hier auch berichten sollte auf dem feld anfangen zu mulchen und bitte so hervorragend nicht sehen kann wo man schon warum wo nicht wackel dackel habe alles im griff alles gut bin schließlich voll dobi nicht voll profi voll dobi aber ich bin damit leidenschaft und gerne nach der nächsten kurve und der blitzer über schönes film ob die dage schön nils gestern schon die ganzen tag im zwiebeln durch die gegend gefahren oder zeit aber feld arbeit machen da ist der nächste blitzer der löst zuerst bei 60 aus aber da bei 63 waren möchte leider immer kurz das gas lupen jetzt gucken ob wir den mist oben abkippen können dürfen oder unten mal nach hinten schalten ich schätze aber oben ja du kannst du schaffst du reingemacht hier zumindest schon mal nicht hier können wir und weg sind können oder dinge anschalten erster start der bg aktivieren so gucken ob das jetzt blau bleibt oder rot wird wir haben schon die erste methan und die ersten gärreste mit funktion nuggelt damit das geschafft was vor hatten ich habe gestern meine bg auch angemacht gut du musst auch so viel zeug bei dir reinschmeißen mist und gülle und klee silage und normale silage also gras silage bevor die funktioniert die erste habe ich auch verteilen gemacht habe ich auch verteilen und das methanbappel rauskriegen habe ich auch verteilen und zurück der blitzer das ist ja nicht mein kopf ich habe noch welche wasser marsch ist auch schon wieder fällig mein bevor stinkt ihr das nicht mitkriegt weil er hat ja vorhin schon mimimi gemacht dafür bloß das gemacht und mist und kühle nehmen ich nur für multiproduktion sein die bga läuft erst gar nicht wenn ich die sachen da nicht rein macht wenn ich die zutaten nicht hinzugeben läuft die nicht und dem wasser marsch bedurfs dankeschön kaffee hinterher ihr seid doch freilich doch post du bist ein bisschen feini und keine basteln doch jetzt erst recht dialog die 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 nur noch nicht am doch doch Was ist denn da hinten mit dir? Ich könnte auch anfangen zu ernten. Ein bisschen wie Mähdrecher in den Kreis fahren. Jetzt sind da so einige Felder rein. Jetzt gibt es jede Menge frische Arbeit. Oh, das hat gehakt. Speicherung. Ding, 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 ding. Ja, meine Spiegel gehen immer noch nicht. Vielleicht wird es ja behoben, wenn irgendwann mal wieder ein Update kommt. Immer tanken, machen sauber, reparieren. Dann wird die Mulde auch mal wieder sauber. Die sieht ja fürchterlich aus. Ja, setzen wir doch Pauli-Punkte ein. Nicht vergessen. Ja. Ja. Dann macht ihr den unteren direkt mit sauber. Weil das ja ein Zweiteiler ist. Ich glaube, er hat beide sauber. Ja, sieht dann aus. Vielleicht kann Basti dir da weiterhelfen. Ich habe keine Ahnung, ob der Basti weiß, warum die Spiegel nicht funktionieren. Ich habe schon das Spiel neu drauf gezogen. Ich habe alle Einstellungen verändert bis x-tausend Mal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meine Spiegel gehen nicht mehr. Bei Anja gehen die. Bei Thorsten gehen die. Nur bei mir nicht. Da gibt es einen extra Mod für. Weil es eben nicht so genau für Mod-Hop ist. What? Das wusste ich nicht. Gibt ein Motor für die. Das wusste ich nicht mehr.